Vom 1. bis zum 22. Dezember findet jeweils ab 19.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Frankfurt am Main ein besinnliches Adventssingen statt. Täglich wechselnde Chöre bieten bei kostenlosem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm. Am Sonntag traten die Cappuccinis mit dem integrativen Gebärdenchor auf und animierten das Publikum zum Mitmachen. Infos zu der Veranstaltung findet man auf der Seite liebfrauen.net. Unter der Meldung macht hoch die Tür. Alle sind herzlich eingeladen vorbeizukommen, um sich vom vorbeihnachtlichen Zauber gefangen nehmen zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017